Jo, halt zurück zu Dead Space. Also wir müssen noch irgendwie einen so'n Dude infizieren oder mit dem Enzym versehen. Jetzt gucken wir mal, wo der sitzt. Ich hab keine Ahnung. Ja. Ist ja nett. Wo konnte man den denn noch deaktivieren, weil es geht mir eigentlich wie auf den Senkel. Da müssen wir dann irgendwo hinfahren. Äh? Irgendwie da rauf. Okay. Können wir rauffahren. Geht der nur runter, ne? Okay, wo wird hier rumgefeuert? Der schießt auf mich. Der sitzt da oben, der Dude. Okay, wie sollen wir da hin? Hinfliegen. Also. Juppie! Oh, das ist schon so klar. Komm! Ja, nice, Junge. Naja, was ist das? Hier ist Liz Cross. Hydrostation. Ich muss ihre Namen festhalten. Ich weiß nicht, wie viel Gas sie aufgenommen haben, aber ich sah, wie sie sich verändern. Und ich habe solche Angst, weil ich weiß, wie man den Devertan tötet. Also muss ich bleiben, solange, bis er für alle bezahlt hat. Sehr nice. Schwere Losigkeit aktiviert. Wann geht denn das Ding irgendwie auf, da hinten? So, wir haben jetzt alle, heißt das, wir gehen jetzt wieder durch, ganz hinten? Ja, okay. Wollen wir irgendwas kaufen, ne? Ne, erstmal nicht. Ich würde sagen, geht nicht so gut auf, ne? Ja, was haben wir noch? Na, jetzt Batteriezustand vom Controller bauen, das ist natürlich ein WD, oder? So, nochmal auf. So, nochmal auf. Okay, dass hier andauernd irgendwie Geeks nochmal kommen, aus irgendeiner Versenkung, das nervt. So, was haben wir? Oh, das war glaube ich. Das war halt so ein nie, muss ich sagen. Hey, ich wills, komm mal. Okay, ich will dran. Oh, oh, oh. No, Mann, ey. So, wo wollen wir eigentlich hin? Ich will da nicht wieder hochfliegen. Ich wollte gerade sagen. Das ist notwendig. Wir wollen doch eigentlich da hinten weg, oder? Warum? Warum bin ich eben hier durchgeladen? So überflüssig. Kann man schon mal sauer werden. So, wir müssen mit dem Fahrstuhl fahren. Wer ist es denn diesmal, der auf mich ballert? Ach, das Viech da hinten. So, wir müssen mit dem Fahrstuhl fahren. Ich wollte gerade sagen. Oh, Mann, du. Okay. Ich soll komplett zurück nähen, ne? Bitte nähen. Na, ja. Wir haben Sicherheitsstufe 3 noch nicht, ne? Das ist gelb, ne? Und dann geht's,ool tryb. Wir haben ja jetzt. Wenn ihr lernt, den müssen bis Close-Tun in Addictionlaughs istommt. Oder den sind die Lange? Ich kann es scheitern sich. Oder du musst, Yang. Irrisch. 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 So, da sind wir wieder. Genau, diesmal wollen wir durchgehen. Wir haben ja alle infiziert jetzt. Ja. Kontamination innen. Schlager registriert. Schleuze geöffnet. Mist! Die Schleuse ist offen, aber der Leviathan ist zu stark. Er hat sich im Lebensmittellager festgekrallt. Wir brauchen mehr Enzymen. Wir haben keine Zeit. Ich gehe rein. Vielleicht kann ich ihn losschneiden. Der Leviathan hat eine Masse von 10 Kilotonnen. Muss ich Ihnen doch sagen, dass das eine schlechte Idee ist? Tja, ich habe keine guten Ideen mehr. Was bleibt wohl noch? Scherelosigkeit aktiviert. Oh, Credits, Mann. Oh, Credits. Verwärts ist nicht Epikop. Verwärts ist die Strecke. Verwärts ist die Strecke. Verwärts ist die Strecke. Das war's. Oh, 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 oh. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 WDR Du hast die Köpfe des Leviathan zerschlagen und ihn zum Flaß gegeben, dem wilden Getier. Danke, Isaac. Kommen Sie wieder rein. Jawohl, komm. Hier und da geht in Ordnung. Hören Sie. Jacob. Mein Jacob. Zuletzt war er auf dem Abbaudeck mit den anderen Überlebenden. Er sagte, sie bauen dort einen SOS-Sender. Ist er fertig? Er ist wohl fast fertig. Ich habe aber nichts mehr von ihm gehört. Schon länger nicht. Ich kann jetzt noch nicht weg. Ich muss sicherstellen, dass die Luft ungefährlich ist. Aber wenn Sie diesen SOS-Sender finden, rufen Sie Hilfe. Mach ich. Abbaudeck. Okay, verstanden. Und wenn ich Jacob treffe? Sagen Sie ihm. Ich finde ihn. Ich will ihn nur wiedersehen. Alles klar. Ein SOS-Sender. Jemand hat alle anderen über Bord geworfen. Isaac, es gibt eine Abkürzung zum Abbaudeck in der Nähe von Cross Arbeitsplatz. Ich werde sie öffnen. So, und wo haben sie aufgemacht? Das da? Ne, alles ist offen. So, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, wo ich schon überall drin war, aber es ist jetzt alles offen. Noch ein bisschen looten, würde ich sagen. Sicherheitsstufe kann nicht ermittelt werden. Monster Sicherheitsüberbrückung erforderlich. So, hier ist ein nicer Fahrstuhl, das ist klar, aber lassen wir nochmal kurz... War das denn hier jemals offen, das hier? Westturm? Ne. Ich weiß nicht. Ja, klar war das offen, okay. So, jetzt nochmal hier gucken. Dieser Raum ist ja komplett durch. Okay, also. So, wie sieht's aus? Ammo-technisch geht's auch, ne? So, Monorail haben wir das eine Ding aufgemacht hier, dass wir jetzt fahren können, eigentlich. Warum ist das nicht offen? Ja, mach mal die Abriebung auf. Hatten wir eigentlich, oder? Oder ist das hier eine andere Ecke? Ne, das ist doch jetzt der Gang, oder? Jo, ich würde sagen... Wann bekomme ich die denn mal? Oh, wow. Das ist ja cool. Kleine Abkürzung, oder waren wir hier noch nie? Muss auch kurz auf die Map gucken, ey, gar keine Ahnung. Ähm, doch, sieht ganz gut aus. Ähm. Alter, was soll das denn? Okay. Hm, okay. Kommen wir irgendwie raus? Hallo, hallo? Hm. Ich weiß nicht, ob das so geil war. Was ist denn da passiert? Man denkt immer, total sicheres Verkehrsmittel, aber nein. Okay. Ganz ehrlich, warum wollen wir nicht da hinten durch? Äh, wo wollen wir denn hin? Was für ein Shit. Warum wollen wir da hin? Weil da irgend so ein Bastard auf dem Dach sitzt, oder was? Oh, das Abbau-Deck ist doch hier, oder ne? Angadiestes, Kranken und so weiter, gesperrt, blicke, 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 blicke. So, ich will doch hier. Nope. Abbau-Sektor, Maschinenraum. Nächster Halt, Abbau-Sektor, Maschinenraum. Station bei Abfahren prüfen. Ne, ne? Der sagt jetzt hier, geh mal wieder rein. Okay, rüber. Hm. Hm. Achso, okay. Nicht geschnallt. Ich fahr hier einfach weg und ich muss eigentlich nur da durch. Und da ist mein Kästchen, war schon richtig. Oh. Im Abbau-Deck spielen die Systeme verrückt. Toll. Ich seh mir die Aufzüge an. Hast du ne Idee, wo sich Tempels Sender befindet? Ich prüfe den Abbau-Kontrollraum. Über die Abschlussrohre könnte man einen Sender abschicken. Ist da jemand? Hammond? Wo bist du? Im Lüftungsschacht. Hoffentlich hören sie mich nicht. Diese Dinger sind überall. Ach nein, die Unithologen. Sie sind auf dem Besatzungsdeck. Die sind irre. Einer hat ihrem Freund ein Messer in den Kopf gerammt und er... ...hab nur gelächelt. Huff, sie gehen irgendwo hin? Hammond! Scheiße. Sein Signal ist weg. Wir müssen den Sender finden, Isaac. Und zwar schnell. Warum sollte ich das verschieben wollen? Ne, ich will dich gerne hier rüberschieben. Mein Schnucki. Weißt du, ich kann dich nur hier vorziehen. Na komm. So, welche Stufe? Drei Sternchen. Okay, alles klar. Sternchen habe ich noch nicht. Oh, oh. Ne, du kannst da ruhig bleiben. So, aber ihn hier. So, wann kriege ich denn diese Sternchen-Freigabe? Das interessieren wir jetzt mal. Na komm. Hmm. sonst noch was hier so warum sollte ich mit diesen kisten hier jonglieren weil es vielleicht irgendjemand schaden bringen die stufe drei erforderlich gar nix leisten würde ich mal sagen oder so wo wollen wir im abbau ok geht es noch irgendwo nach oben es geht noch raus es ist merkwürdig zwei der abbau unterdeck sind gesperrt obwohl alle systeme laufen ich sehe mir das mal an die 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 Bitte warten, ey, ich hasse das. Ja, da können wir schon einiges, wo sind sie? Ja, da können wir schon einiges, wo sind sie? Ja, da geht ja nix, ne, nur im Feuer sieht man was, Junge, so ist es das, na danke, geht weiter, Deck B, okay, mach mal auf. Deck B ist nicht. Deck B, okay, mach mal auf. 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 Okay, fresh. Okay, die brutzeln sich weg, was ja schon mal nice ist. Deck B, okay, mach mal auf. 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 die gibt es nicht so gut ich weiß aber du wirkst gefährlich wird der typ hier überlebt nicht gut Schwede Aufzug So, ich sag mal wie es ist Wir speichern hier, machen ein kleines Pauschen Mehr gibt's beim nächsten Mal, okay? Also, bis denn, ciao!